Hallo und herzlich willkommen zurück zum Dino-Dienstag. Ich bin's wieder, euer Reptivice, und wir spielen heute was ganz Besonderes, und zwar Ark Survival Evolved. Ja, also Entschuldigung, dass so lange kein Dino-Dienstag mehr kam, aufgrund von Klausurvorbereitungen und den ganzen Quatsch, das hab ich schon bei Waving Sheet erklärt, ähm, hab ich mir gedacht, ich spiele heute eines der besten Dino-Spiele, die es jemals gegeben hat. Also, ähm, was heißt gegeben hat, also, wie kann ich das so besser beschreiben, also eines der beliebtesten, auch bei Leuten, die nicht so die größten Dino-Fans sind. Ähm, weil es einfach unglaublich viel Spaß macht. Ich selber muss zugeben, ich hab dieses Spiel nicht ganz so viel gespielt, das lag daran, ich hatte, also damals hatte ich einen zu schlechten Rechner, und als ich dann meinen guten Rechner bekommen hab, dann hatte ich's gesuchtet eine Zeit lang, doch dann wurde mein Steam-Account gehackt, äh, weil ich das nicht mit meinem Handy gesichert hatte. Ich, ich Vollidiot, weil ich damals noch etwas jung war, und, also jünger als jetzt, ähm, und, daraufhin hatte ich alles verloren, und dann hat mir lange Zeit die Motivation gefehlt, wieder was Neues zu machen. Ich hab irgendwann mal wieder was gemacht in Arx-Wall-Reward, als ich mir mal wieder geholt habe, als ich mal günstig war, und das ist das Ergebnis, also ich hab hier bloß eine Plattform gebaut, das scheint nicht mehr. Und den Charakter hab ich so nicht erstellt, glaubt mir, ich, ich weiß noch, den Charakter, den ich erstellt hab, der war, ähm, ein Zwerg. Und der sah bestimmt nicht so aus, da muss irgendwas, ich musste auch mein ganzes Zeug, was ich gelernt hab, nochmal neu lernen, deswegen, das sieht ein bisschen komisch aus, ich bin halt fünfmal auf Gewichtigstämmen gegangen, weil das ist das, was mich am Anfang des Spiels immer am meisten stört, deswegen sieht das auch so komisch aus für Charakterverteilung, weil ich völlig unerfahren in dem Spiel bin. Ich bin auch, doch direkt am Anfang, also, die ganzen Arx-Wall-Be-Wulf-Pos unter euch, die werden sich einfach nur in den Kopf schütteln, ups, aber ich bin halt ein richtiger Noob in dem Spiel, obwohl das ein Dinosaurier-Spiel ist. So, was macht man in Arx-Wall-Be-Wulf? Ja, man, äh, Survival-Be-Wulf, das heißt, der Name sagt schon, du musst überleben, und das halt in dieser großen simulierten Evolution auf dieser Insel, wo du bist. Gut, wir gucken uns mal um, vielleicht finden wir gleich mal ein Dinosaurier oder sowas. Das sind meine eigenen Schritte, aber ich soll vielleicht erst mal was trinken, ich sehe gerade meine Anzeige rechts, ähm, wirkt nicht sehr gut. Machen wir was essen, ich habe noch ein paar Steaks dabei, das ist gut. Der verbraucht ziemlich viel Futter. Ah! Das hat gut geklappt! Wenigstens verliert man keinerlei Erfahrungspunkte oder sonstiges beim, äh, Tod, nur sein Inventar. Hier ist kalt, da halt doch die Schnauze. Oh, hier seht ihr schon die ersten Dinos. Ich wollte nicht schlagen! Ich habe ihn direkt K.O. geboxt. Warum schlage ich mit Steuerung? Was bist du? Bist du ein Parasaurolophus? Ja, ein Parasaurolophus. Ich hoffe, ihr seht das. Äh, ich wollte mich eigentlich coachen mit C gegen das. Okay. Ich gehe mal weiter, ich war das nicht. Nochmal Dodos. Sollen wir hier, können wir das öffnen? Oh. Versorgungsgüter. Oh, nehme ich mit. Nehme ich alles mit. So, jetzt ist die Frage. Ich bin doch irgendwo da, wo ich, ich sehe halt nichts in dieser Drecksdunkelheit, das ist so komisch. Ich muss mir, glaube ich, wieder direkt eine Fackel kraften. Aua, aua. Man kann hier Bäume schlagen wie in Minecraft, bloß tut man sich hier in dem Fall selber weh. Ich muss mal die grundlegenden Rohstoffe sammeln. Kannst du mir nicht ansagen, was ich noch brauche? Ähm, Herstellung. Ich höre irgendein Fliegeding. Gefällt mir gar nicht. Ein Stein und Feuerstein. Oh, das heißt, ich muss erst mal eine Spitzhacke kraften. Was brauche ich für eine Spitzhacke? Ich habe gerade gepupst. Entschuldigung. Also nicht RL, sondern hier im Spiel. So, ich brauche noch einen Stein. Das heißt, einfach auf den Boden gucken und hoffen, dass ich irgendwo einen Stein aufsammle. Ah, ich habe einen Stein aufgesammelt. So, und jetzt hoffen, dass ich irgendwo einen Stein sehe. Den ich kaputt hauen kann. Ich sehe nichts. Kann man nicht Brightness irgendwie hochstellen? Äh, Optionen. Auflösung. Äh, ich habe es mal auf Medium gestellt, die Grafikeinstellung, weil ich gemerkt habe, also OBS ist mehrmals abgeschmiert. Ich glaube, das lag daran, weil ich halt die Grafikeinstellung zurückgeschraubt habe, wo es überhaupt nicht geleckt hat und so. Also, ganz komisch. Äh, äh, Farbabstufungen, Texte, ich weiß es gerade, ne. Die, ich bin mit den Einstellungen hier nicht sehr vertraut. Nein, ich glaube, das ist bloß ein Teil oder der tut mir nix. Gut, Feuerstein. Jetzt brauche ich nur noch einen normalen Stein wieder. Ja, Level ab. Ich hatte es ja nichts gehabt. Oh, was fehlt mir denn? Nein! Du bist ein Arschloch. Das ist Vieh, ey. Hab mich einfach so in die Löffel so ausgegriffen, wo man hat nichts gesehen. Das ist doch scheiße. So, ich baue jetzt wieder Holz. Och, nö. Wo ist denn jetzt der nächste Baum? Na gut, war bloß ein Terror. Ja, Holz. So, jetzt ne Fackel. Ich werde nicht mal was sehen. Das ist ja eine Unverschämtheit. Knochen gebrochen, fast tot. Erstmal eine Leiche suchen. Oh, ein Dicker. Ist der ein Prachiosaurus oder? Ich kann es gerade nicht erkennen. Prontosaurus ist das. Ach so, okay. Ich weiß gar nicht, ob es Prachiosaurus ist. Ich glaube nicht. So. Äh, das sind keine lieben fliegenden Tiere. Dort hinten. Das weiß ich aus Erfahrung. Das ist ein... Takt. Äh, nein! Hahaha. Hahaha. Verbrennt. Erstmal gegrillt. Ich bin fast schon wieder tot. Das ist doch scheiße. Wo ist jetzt mein... Das hat gar nicht so gut angefangen. Ähm. Oh, nein. Warum greife ich mich überhaupt nicht? Wie viel größer ist die von Idioten? Oh, hör auf rumzuheulen. Das Schlimmste an Axelweibor, finde ich, das Wasser. Also ich habe größten Respekt, oder gesagt, ich habe riesen Furcht vor dem Wasser. Ich... Weil... Was ist dort alles rumkreucht und fleucht? Alleine schon Piranhas und so sind... Oh, Lystrosaurus. Wer gibt's den denn? Also... Ist schon ewig, ja ich das Spiel gespielt habe. Oha, ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Die sind friedlich, solange bis man sie angreift. Du bist verletzt. Regere deine Gesundheit, um dich wieder richtig bewegen zu können. Ja, es ist mir egal. Ich... werde so oder so sterben, weil... Ich... Ich schwimme da jetzt einfach rüber, egal ob ich sterbe oder nicht. Oh, das ist nur ein Hecht. Oh, ich glaube das Wasser ist... ...sicher. Ich verblute hier langsam. Und verhungere. Wow, ich bin ein krankes Wurde und sterbe direkt. Ist mir jetzt aber egal. Oh, was wartet da am anderen Ufer? Ist das ein Terrorfugel? Warte auf mich. Ich möchte sehen, was du bist. Bevor ich sterbe. Der Arnodon. Komm schon. Das andere hier ist weg. Ja, ich bin gleich tot. Aber dich nehme ich mit. Und irgendwann will ich noch abfackeln. Komm schon. Vor ich sterbe. Die Schildkröte muss dran glauben. Du wirst brennen. Brennen wirst du, sage ich dir. Nein. Ich habe es nicht mehr geschafft. Gut, aber ich brauche jetzt mir jetzt am Anfang erstmal keine Fackelkraften, wenn ich wieder spawne. So, sieht so leicht. Äh, ja, bitte spawne. Jetzt sehe ich nämlich wieder was. Ich glaube, ich habe dort oben mich angesiedelt. Das ist da schon direkt gefunden. Oh nein, da sind die da was auch her. Die sind nervig, wenn man keine Ausrüstung hat. Einfach nur nervig. Oh, der friert auch nur. Was ist denn das für ein Weichei? Gut, er ist auch nackt, aber trotzdem. Weichei. Dich ignoriere ich. Bleib weg von mir. Tup, 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 tup. So. Mal gucken, ob ich meine Ausrüstung noch finden werde. Das bisschen, was ich mir gerade beim letzten Spawn gesammelt habe, das ist mir relativ egal. Hier bin ich irgendwo runtergeklatscht. Es war halt bloß dunkel und deswegen kann das sonst wo sein. Das sind Steine. War vielleicht nicht so schlau und in der Klippe zu. Ah, nur ist ein Ovi Raptor. Da weiß ich, dass die friedlich sind. Also zumindest nicht direkt angreifen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man die zuerst angreift. Nur ein Fium, ja. Gut. So, irgendwo bin ich runtergefallen und zerplatscht. Wenn das hier wirklich auch meine Basis ist, da oben. Da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Da brennt irgendwas. Da war gerade so ein Flammengeräusch. Ich gucke erst mal, ob das wirklich meine Basis da oben ist. Sieht nämlich doch gar nicht so aus. Doch, das ist sie. Erst mal Feuer ausschalten. Und die Degener verbraucht, da muss ja nicht sein. So, und irgendwo bin ich zerplatscht. Muss ja einfach bloß den Felsen absuchen. Ich hoffe, das ist noch nicht so das Wort. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Spawner sind nach 5 Minuten oder nach 15 Minuten? Bei Minecraft war es nach 5 Minuten, das weiß ich noch. Und ich weiß nicht, dass ich da oben gelandet bin, wo ich nicht hinkomme. Da heult irgendwas, ist mir aber gerade egal. Ich hoffe, das ist mir gerade egal. Kannst du da nicht hoch? Klettern kann der auch nicht, der Junge. Vielleicht will jemand ganzes Zeug. Also, ich glaube, ich hatte nicht viel dabei, aber trotzdem, das ist mir nervig. Hm, ich komme da nicht hoch. Und hier unten scheint es nichts zu sein. Das ist ein sehr guter Folgenstart. Na gut, es wäre so, als hätten wir nichts gestartet, was ich eigentlich auch geplant hatte. Schön am Tag zu spawnen, mit nichts, aber ich hatte nicht daran gedacht, dass ich den Spielstand, den ich hier hatte, dass ich überhaupt einen Spielstand hatte und dass es den nach einer D-Installation gespeichert hatte. Na ja, was soll ich. Erstmal Sachen sammeln. Oh! Wer ist denn das? Hallihallo, wie geht's denn so? Ähm, alles nehmen. Wie ging das nochmal? Körper ziehen, Inventar öffnen. Kann ich nicht alles nehmen? Also, ich nehme mal deine Steine ab. Das nehme ich ab, das nehme ich ab. Das, das, das. Die Spitzhacke. Das, hallo? Das, 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 das. Okay, ist nicht irgendwie einfacher? Gab es nicht mal einen Knopf, wo man sich einfach alles nehmen konnte? So, was habe ich hier? Hier ist Bezzyman Implantat. Okay. Probe, äh, irgendwas. Probe, irgendwas. Ist, ist, ist dasselbe. Ich bin ein Homo erectus. Interessant. Gut. Du kommst mit. Kein Hundebooten rü... Ich glaube, die waren böse. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die waren böse. Also, keine Fleischfresser, aber die haben... waren nicht nett zu mir. Oder? Bist du nett zu mir? Bist du nett zu mir? Ein Nikoanuton! Den Hapso, was habe ich denn noch nie gesehen? Lass dich ansehen. Du bist wunderschön. Ich wusste gar nicht, dass wir diesen Hathrosaurier hier drin hatten. Boah. Du bist vielleicht ein wunderbares Tier. Dich will ich irgendwann zähmen. Es sieht einfach nur wunderschön aus. Elegant. Und so charmant. Wenn du ihn trägst. Äh, nein, falsches Lied. Entschuldigung. So. Aber jetzt machen wir mal weiter. Beziehungsweise fangen wir überhaupt mal an. Was hatte ich denn eigentlich vor? Was wollte ich denn eigentlich euch zeigen? Also, ich habe euch jetzt schon ein paar Tiere gezeigt. Nicht so Tinosaurier. Ähm, der Pteranodon, den ihr gesehen habt, das Fliegeding. Ist kein Tinosaurier. Ich sollte mal leveln. So. Ähm. Gesundheit. Das sah nicht ganz so gut aus. So. Ich habe 16 Stück frei. Wo ich Holzwand brauche Strohwand. Habe ich keine Strohwand erforscht? Habe ich doch. Mh. Fiumiras Sattel. So und sich. Lohnt sich nicht. Die Vieh sind scheiße. Gab es nicht irgendwo? Parasaurolofus Sattel. Den nehme ich mit. So. Kleines Beet. Kostet zu viel, glaube ich. Ja, neun. Aber ich habe schon fast wieder. Warum kackt der hier aufs Haus? So. Ich wollte erst mal eine Plattform richten, damit ich hier ein Haus starten kann. Aus Stroh. Was nicht sehr professionell ist. Aber was soll's. So. Ähm. Jetzt muss ich Wände... Ne, ich muss immer noch Böden craften. Wie viel brauche ich denn? Ähm. Ich habe nicht genug Stroh. Dup, dup, dup. Dann sammle ich mal Stroh. So. Und hoffe, dass ich keinem bösen Tieren begegne. Aber ich habe hier eigentlich noch keine wirklich bösen Tiere gesehen. Also, die mir gefährlich werden könnten. Halt diese Partie Lohfusse auch jetzt. Das ist ja nichts. Wenn man ein bisschen was an Ausrüstung hat, was ich leider gerade nicht habe. Oh, ich dachte schon. Irgendwie haupte ich gar nicht töten. Der ist ein süßer. Oh. Was ist das? Nistrosaurus wieder, oder was? Jihi. Ich brauche den Leder. Entschuldigung. Ich will nur wie haupte ich sehen. Ich weiß nicht, wie das nötige Zeug dazu dabei ist. Narcobarrys braucht man dazu. Kann man die, also... Ähm. Man kann Tiere bewusstlos schlagen, und dann kann man die füttern. Und man muss dafür sorgen, dass sie bewusstlos bleiben. Und nach einer Weile nimmt man die dann. So. Mal gucken. Ich weiß, was war der Einzige. in der Nähe. Schade. Die Läufe so aus wie ich gar nicht töten. Äh, die Läufe so aus wie ich gar nicht töten. So. Oh, ich habe hier schon mal ein... Lagerfeuer gekauftet. Interessant. Hm. Inventär. Herstellung. Plattform. So. Drei Stück sollten erstmal reichen. Weil ich nicht mehr craften kann. Neues Level. Ich gehe mal auf... Ich brauche Wasser. Erstmal kleines Beet erforschen. Äh, erforschen. Und dann schnell zum Wasser runter. Wo ich... Hier nicht wieder runterfalle. Das wäre clever. Tup, 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 tup. Renne. Oh nein. Jetzt sind Bergen verdorben. So. Dann kann ich einfach zum Wasser gehen. Und sich dort dann hier... ...satt trinken. Logisch, oder? Zum Glück muss man in... Lass mich bitte in Ruhe. Zum Glück muss man sich in Minecraft... Du trost... Ja, ja, ja. Ich bin doch schon auf dem Weg. Zum Glück muss man in Minecraft sich nicht um... Äh, Wasser sorgen. Du bist erschöpft. Ruh dich aus. Ja, ja, ja. Wasser. So, haben wir irgendwo was am Strand... ...was ich noch töten kann? Da haben wir die Laufelsaufels. Komm schon. Ich brauch dein Leder. Ich muss erst mal... Ähm... Ausdeckeregenarieren. Wo hat der hin? Hat er. Ich seh nicht mehr. Hallo? Ich übersehe es, glaube ich, auch neu, oder? Hallo? Telephosaurus? Habe ich hier in den Boden reingeschlagen? Oder irgendwo hin? Bewusstlos geschlagen? Aus Versehen? Hallig-Sausaurus? So. Hm. Parasauro-Lofus. Schlittkröte. Hm. Dodo! Da ist er! Habe ich den so weit weggeschlagen oder ist das ein anderer? Das war der. Ich habe den sonst so wohin geschlagen. Gut. Zwei Leder. Was bringst du? Komm. Komm. Ja, vier Leder insgesamt aus beiden rausbekommen. Besser als nichts. Hm. Ich könnte gleich schon wieder... Alter, wie viel Wasser verbraucht der denn? Das ist doch schlimm. Die Fücher habe ich kurz erstreckt. Da ist ein Busquasenfluss. Ich tue dem nichts. Und wie viel Nahrung der verbraucht? War das wirklich so schlimm? Kann ich mich gar nicht erinnern, dass man so viel fressen und trinken musste. Ich mache jetzt das Lebellenblatt hier. Die Mega Neura. Okay, ich will vielleicht nicht angreifen. Soll ich vielleicht sogar Friedrich, bis ich sie angegriffen habe? Ach, das ist... Ich habe gegen den Sekt gewonnen. Großfleisch? Ernsthaft? Hm. Hm. Naja. Einfach alles töten, was mir im Weg kommt und was ich töten kann. Was nicht mich tötet. Beziehungsweise Parasarolophus, die würde einfach nur wegrennen. Ich weiß nicht, wie sie Igualo dann reagieren würde, aber ich habe Angst, dass er mich einfach bloß... ...töten wird. Deswegen... Was ist denn wichtig? Zähmen. Mein Lieber. Und bei den... Ich kenne mich mit ausgestorbenen Säugetieren nicht so gut aus. Sind das Riesenfaultiere? Sind das... Irgendwelche anderen? Ich näher mich mal vorsichtig. Vielleicht töten die mich ja nicht. Schalicoterium. Also den Namen habe ich auf jeden Fall schon mal... Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ah! Das wirft mir etwas! Ich hab doch nichts gemacht! Ich will doch nur in Ruhe leben. Und die Dinus beobachten. Nicht euch eklige Säugetiere. Guck mal wie der frisst. Ist das nicht wunderschön? Den soll ich nicht schlagen. Ähm. Das ist mein großer Haufen Scheiße. Was? Warum schubst du mich weg? Ich hab doch gar nichts gemacht! Warum greifen die mich alle an? Ich hab doch nur deinen Code aufgesammelt! Was ist denn das? Lass mich in Ruhe, ich bin bei der Base. So. Hier kannst du deinen Code auf wieder haben, wenn du möchtest. Nein, 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 der schlägt mich runter! Oh, noch nicht. Okay, er frisst wieder. Lass mich einfach nur in Ruhe, okay? Dann lass ich dich in Ruhe. Ich bin gefährlich, ich warne dich. Großer Kothaufe. So. Das war ich. Entschuldigung. Ähm. Männliche Fikarien aufgenommen. Steht auch von welcher Tiergottung das ist. Ne, leider nicht. Aber ich sollte mal leveln. Äh. Leben. Und dann sollte ich mich vielleicht mal um einen Wasserschlauch kümmern. So. Ich hab noch 20 Punkte. Nice. Ich könnte... Was könnte ich denn? Pinsel. Holzknüppel. Kann ich noch einen Kochtopf gebrauchen? Ah. Weiß ich nicht. Standfackeln fand ich immer nice. So dekorativ, aber... Ich will erstmal praktische Sachen lernen. Was gibt's denn noch? Kriegstrommeln. Zement war nice. Zement brauchte man, glaube ich. Ich kann mich wirklich überhaupt nicht mehr an das Spiel erinnern. Wow. Pachysattel. Ichthiosaurus-Sattel. Nein, mit Wasser will ich erstmal nichts zu tun haben. Mh. Karolimis-Sattel kann ganz praktisch sein. So. Nehme ich mit. Ich mag nicht, dass er so nahe meiner Bude ist. Geh weg. Sausfriedensbruch. Und ich bin immer noch am verhungern. Ich hab doch viel Fleisch gefressen. Wie viel braucht der denn? Unverschämtheit. Ich geh... Nein, auch die Viecher sind einfach zu nahe. Ich hasse die. Äh, ich... Kann ich den Wasserschlauch craften? Ähm... Was fehlt denn noch? Fasern! Ja, das ist ja kein Problem. Zack! Fasern. So, ich hab noch 10 Leder. Inventar. Wasserschlauch. Ich hab keine Ahnung, wie das Ding funktioniert, aber das werde ich ja gleich erfahren. So, ich geh jetzt erstmal zum Wasser, ohne die Viecher zu provozieren, indem ich in ihre Nähe gehe. Sind das Drecksdinger, ey. Guck mal, die Egoan hat und den juckt sie überhaupt nicht, wenn sie in ihre Nähe gehen. Was macht denn der... Was macht denn der Pontus auch was da? Ernsthaft? Pfff... Dreckswetter. Fast so schlimm wie ein Siedler heute. Ey. Da hat's auch ständig nur geregnet. Dir ist kalt! Ja, da kommen... Dem ist die ganze Zeit heiß und da kommen schön kühlende Regentropfen. Dem ist kalt! Sag mal! Ist ihm noch zu helfen? Aber jetzt hat er wenigstens keinen Durst mehr. Toll, jetzt wollte ich das Wasserproblem klären, aber nein. Oh, ernsthaft. Das ist doch so ein Scheiße. Dann geh ich jetzt erstmal das Fleisch braten. Ich hoffe, ich kann... Ich hoffe, ich kann während des Regens Feuer machen. Ansonsten bin ich stinkig. Fängt schon mal gut an. Ach ja. Ich hoffe, das Video ist eine gute Entschuldigung dafür, dass, äh, solange kein, äh, Dino-Dienste mehr kam. Das ist ja immer ein schönes Spiel. Ich meine, Performance-Testing ist nicht ganz so ausgereift. Ich meine, ich könnte es auf höchsten Grafikeinstellungen spielen. Nicht auf allerhöchsten, aber auf sehr hohen. Jedoch macht OBS, da fängt er an zu streiken. Oh! Warte, das ist doch die perfekte Gelegenheit. Ich hab nichts gemacht. Oh shit! Was haben die bei Fred Feuerstein immer gesagt? Oh Gott. Ähm. Ähm. Alles gefixt, kein Problem. Ähm. Oh Mist, jetzt fällt mir der geile Spruch nicht ein. Lass mich! Ich bin lieb! Äh. Nein! Nicht Tauberwanger, sondern... Wappadabba... Nee, wappadabba... Irgendwas... Ey! Irgendwann sterbe ich noch, wenn er mich wegschleudert. Das weiß ich nicht genau. Aber es ist dann würfelt. Oh, jetzt friert. Alter, der friert wirklich. Dem ist arschkalt, das gibt's doch nicht. Inventar öffnen. So, wie viel Fleisch hab ich dabei? 19 Fleisch. Zack. Bist doch lieb, oder? Zack. Ja, du bist ein feiner Pondosaurus. Ich darf ihn nur nicht schlagen. Alter, das Auge. Ähm. Ich stellte auf ihm! Es hat nur kurz gehalten. Aber es war würfelt. Juhu! 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 Ich soll wieder ans Feuer gehen. Cool, das Feuer juckt ihn einfach überhaupt nicht. Ah doch! Der Motor steckt. Ist nicht mehr eiskalt, ist nur noch Schneeflocken kalt. Wenn man halt wirklich auf dem Feuer schon sitzt und einem nicht warm wird. Oh! Da wurde ihm warm. Hehehehe! Was guckst du so blöd? Hast du noch nie einen Menschen gesehen, der sich dumm anstellt? Hä? Wow! Sieht schon nice aus. Ja, du bist ein feines Tier. Ein feiner bist du. Ich könnte sie den ganzen Tag beobachten. Es soll ja auch ein Arc Park rauskommen, aber ich glaube da soll ein VR-Spiel sein. Und dann soll auch noch PixArk kommen. Das habe ich mir schon auf die Wunschliste gesetzt. Soll glaube ich sogar noch diesen Monat kommen, oder? Ist es vielleicht sogar rausgekommen? Ich muss dann gleich mal auf Steam gucken. Ja, du bist ein ganz feiner. Schuss mich bitte nochmal weg, das fand ich irgendwie lustig. Ich kletter auf die rum. Jetzt juckt die nicht mehr. Jetzt juckt sie nicht mehr. Hä? Jetzt juckt sie nicht mehr. Jetzt juckt sie nicht mehr. Ich habe mir vor Schreck in die Hose geschissen. Hehehehe! Ich glaube, das hätte ich auch in echt gemacht. Oh, es hat aufzuregnen. Ich glaube, dass ich langsam an meine Anwesenheit gewöhnte. Der schoss mich jetzt nicht mehr weg. Der merkt, dass ich einfach bloß bescheuert bin und ihm nichts tun kann. Du verhungerst! Du verhungerst! Was? Ich habe 10 Steaks gefühlt gefressen! Wollt ihr mich verarschen? Alter! Habe ich irgendwas... Es hat sich irgendwas in den Surfer-Einstellungen so komisch geändert, dass ich... Heul nie rum, du Weichei! Alter! Und jetzt kommt nicht mit ausgewogener Ernährung. Weil es vielleicht keine ausgewogene Ernährung ist, dann weiß ich auch nicht. Hehehe! 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 So, er ist jetzt voll gefressen. Mal gucken, wie lange das anhält. Bestimmt... Ich gebe ihm mal... Zwei Minuten. Da ist er wieder leer. Und schreit nach Hunger. Achja, der Prontosaurus. So. Äh, das wollte ich nicht machen. Ich wollte nicht pfeifen. Ich weiß, ich bin Pfeifer, aber nein. Okay, nur langsam runter. Gut zu wissen. Ähm... Herstellung. Vier könnte ich machen. Ich brauche bloß zwei. Danach muss ich Wände craften. Zack. Ernsthaft? Das gibt's doch nicht. Das ist ja unsymmetrisch. Ich könnte kotzen, ey. Wegen seinen Scheiß-Scheißen. Die ich nicht mehr wegboxen kann. Aus Strafe. Das ist doch Bullshit. Hier, kann ich auch nicht wegboxen? Oh ja, das ging. Die kann ich nicht wegboxen, weißt du? Aber die nehmen wir beim Bauen den Weg ständig. Ich muss aufpassen, dass ich ihn nicht schlage. Sonst bin ich ganz schnell ganz tot. Ich bin auch mit dir da drauf. Ich bin auch mit dir da drauf. Das weiß ich ganz genau. Okay. Nochmal, nochmal. Nein, 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 nein. Ganz brav. Ey, 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 ey. Ganz brav hab ich gesagt. Äh. Äh. Was macht der Dubstep? Hehehe. Das Spiel, ey. Soll ich ihn mal schlagen? Oh. Oh. Jabbatabadu, das war der Spruch. Komm, Jabbatabadu. Hehehe. Hehehe. Was guckst du denn so? Oh. Oh oh. Juhu. Bin ich froh, dass mir das keinen Schaden macht. Boingy. Oh. Oh. Oh oh. ich habe meine plattform geschubst das war ich nicht so aber jetzt mal wieder konzentrieren wände bauen brauche ich hier fasern und holz und alles danke für den schubser die richtige richtung der stein da vorne aufbloppt nett entschuldigt bitte die gina ich bin etwas wenig am schlafen ich habe ich habe heute meine letzte prüfung geschrieben bohr das war die letzten tage und wochen ganz schön ich will nicht sagen anstrengend aber doch 75 fahrrad jeder noch schön kann es nachfüllen es können viele leute nachfüllen also auch abiturienten die grad abi machen ist ähnlich ist ähnlich jetzt mache ich aber dabei du ja das wäre keine das ist keine gute idee es tut mir leid nein nicht 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 nein du arschloch ha 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 Alter, das Spiel ist so genial. Warum habe ich das so lange nicht mehr gespielt? Oh, das war gerade wunderschön. Okay, ich glaube, in diesem Monat schneide ich Best-ofs zusammen. Das war ja jetzt, boah, mir kommen die Tränen. Und das nicht, weil ich müde bin, sondern weil das gerade so ein wunderschöner Augenblick war. Genial. Boah. Ich glaube, wir hören dann aber auch langsam auf. Was bist du denn? Ach, Parasau-Lobus. Das. So, ich suche mir mal meine Leiche. Ach, die ist markiert. Das ist ja praktisch. Schnauze. Zack, zack, zack. Kann ich das nicht alles per Knopfdruck? Fallen lassen, übertragen. Oh, das geht ja natürlich so viel schneller. Du, 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 du. Du kommst mit. Ich weiß was. Hallen lassen. Hier wird nix verschwendet. Warum trau ich kein Leder? Mittelgroßer Bruthaufen. Das will ich unbedingt normal machen. Also. Diesmal war wirklich ein Jabba-Dabba-Dub. Ist doch, fand ich mir so gut egal, ob ich draufgehe oder nicht. Oh, hier habt ihr. Was gefährlich ist. Hoffe ich zumindest. Das war ja mal mega genial. So, Ausdauertank und dann nochmal Jabba-Dabba-Dub. Er ist bereit, er will es doch. Ähm. Hello there. Okay. Jabba. Nein. Ja, schade, hat nicht so gut geklappt. Wah! Hast du nicht aus deinen Fehlern gelernt? Was passiert, wenn Leute umherschubst? Die können dabei sterben. Sehr freundlich. Friss einfach weiter. Okay? Friss einfach weiter. Schwede Level ab. Das lustige ist, auch wenn man nichts bekommt, man langsam aber sicher XP. Ich habe das Gefühl, ich habe die XP, die man bekommt, ein bisschen hochgeschaltet. Okay. Okay. Ich stecke fest. Oh no. Oh no. Ja, Mann, aber du! Ich habe mich doch nicht selbst getötet. Ach, wunderschön. Jetzt kommt ein Fleischfarm. Das ist doch gar nicht schön prüktig, oder? Da hinten ist meine Leiche. Sie leuchtet grün. Dup, 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 dup. Boah. Vielleicht werden öfter mal ein paar Folgen zu dem Spiel auf diesen Kanal kommen. Mal gucken, wie ich es Zeit finde. Ich muss es erst mal wie einen regelmäßigen Aufnahmeplan finden, dass regelmäßig mal Waveshield kommt, mal Minecraft kommt. Nicht, dass es immer so abgehackt ist, dass ich mal ein, zwei Folgen hochlande und erst mal nichts mehr. Und dieser Dienstag sollte auch regelmäßig kommen. Und vielleicht kommt auch noch ein kleines anderes Projekt, was einmal wöchentlich kommt zum Festtermin. Mal sehen, ob ich das bis nächste Woche schaffe. Jetzt muss ich erst mal die Leiche looten. Wäre ich das was nochmal? Tee? Tee. Tee. Ich gehe jetzt noch zu meinem Lager hoch. Nee, der Pronto, ich frage mich, wie der Pronto so hingekommen ist. Ho, ho, ho. Oh, ist das? Du hast im Herlaufen ein Level bekommen. So muss das. Tup, 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 tup. Äh. Ach so, wie habt ihr? Ich dachte schon. Haut schon mir leider ab. Das Vieh ist ganz schön gefährlich. Den Level ab machen wir aber in die nächste Folge. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Wohin wir die Lechte noch leuchten. Ist egal. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Zum Video Dienstag. Und ihr könnt mal in den Kommentaren schreiben, wie euch das Spiel gefällt. Also man kann auch viel mehr machen. Ich kann euch mal kurz den... Warum verabschiede ich mich schon? Also, äh, Leben. Ähm. Ich kann ja mal hier kurz runterscrollen. Es kommen später auch noch Schusswaffen dazu und alles. Und richtige, richtige elektronische Sachen und alles mögliche. Also, ich habe schon ein paar Videos gesehen, wo manche Typen ganz schön kranke Scheiße gemacht haben. Guck mal. Das sieht aus wie ein Reflexvisie oder sowas. Warum gibt es dann später immer noch einen Bogen? Naja, wer weiß. Es gibt auch Auto Turrets und alles. Es ist krank. Einfach nur krank. Naja. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschau. Tschau. Tschau.